Was bringen mir eigentlich die Eicheln? Keine Ahnung. Weil ich glaube Holz ist hier aus wichtigster, oder? Ich glaube, ich sehe hier einen riesen Baum, oh ja, ich sehe einen riesen Baum, Jonas komm mal rechts raus, rechts, also rechts zum Haus, rechts zum Haus, da geht es doch gar nicht raus. Doch, das sind Erdblöcke. Soll ich mich rausbauen? Ja, oder wenn du genug Holz hast, dann einfach eine Tür setzen. Oh, ich brauch's nicht, ja? Ah, jetzt. Oh, wie dann dauert das? Was denn so Gefäß, das denn so wasen? Oh, Scheiß, dein Vieh. Oh, ich glaube, ich sehe da unten was. Ich weiß nicht, ob's Eisen ist. So. Führe ich gesetzt. Nicht, bloß mir zu meinem Steinblock. Jetzt wo bist du? Einfach rechts entlang laufen. Dann ziehst du mich. Echt aufpassen. Da muss Jonas mal kurz weg, oder? Ja, ja, ich geh gleich. ich muss noch schnell ins haus rein sonst so habe ich was kaputt gemacht auch meine türe auch bitte er mache ich okay bin kurz weg ja bis gleich okay was bringt es mir hier als ich glaube jonas auch gleich herkommen aber ach du heilige was was ist das hier will ich will ich hier gar nicht sein aber da kommt lieber macht der schaden ich sehe auch noch mal aber ich weiß nicht was es bringt so blog habe ich ja dabei so bauen wir uns einfach mal darüber so 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 ja das passt ja alles wunderbar und dann gucken wir mal kurz jetzt ist der baum hier im weg ist das da eisenärztes dinge hier noch und ich habe nie hallo ich habe lied ohr nie dort ist ich bin einfach recht sind lang also rechts einfach rechts vom haus laufen und nämlich mal weiter runter aber ich glaube das bringt nichts ich komme wieder hoch wenn du auf irgend so einen riesen baum mal trifft dann bist du eigentlich direkt bei mir in der nähe ist irgend so ein baum auf den riesen baum denn siehst du gleich einen halt den kannst du nicht wählen wieso nicht er denn es wirst du dann sehen okay dürfte eigentlich nicht so weit entfernt sein ja ich glaube was ich hier sind wieder ganz normal und vielleicht lohnt sich darunter zu gehen ja wo habe ich tut er bau und wie habe ich das geschafft ich bin durch so eine klappe durchgefallen das doch nach unten kann ich sozusagen ja 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 das geht mit das ja ich weiß es geht irgendwie aber ich weiß nicht wie irgendwie auszusehen was gedrückt mit t schmeißt man sachen weg macht du es mit t einfach es einfach essen was es ist ich gehe jetzt mal ach so cool da ist ein schatz unten drin und ich glaube dass ein paar sachen aus der welt gefallen so wie es aussieht wie aus der welt vorbei nein irgendwie so von mir weggesprungen und dann einfach runter keine ahnung so aus musste jetzt erstmal runter kommen ohne zu sterben also ich habe auch ehrlich kein sagt auch kein sack ja jetzt ehrlich auch überhaupt keinen plan wie jetzt heißen aussieht und ob das jetzt das lied ohr ist ich weiß es nicht und ob mir das irgendwie brennen müssen weil sich ja sozusagen hast du die wiki ich bin der kleine runter gesprungen und habe diesmal überlebt jonas hast du die wiki noch offen ja habe ich steht dann noch steht da irgendwie dass wir das wir das eisen brennen müssen oder schon die meisten nein 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 guck mal guck mal guck mal nach nein guck mal nach liegt er und das ist jetzt eisen wachen 2 versteht was ich das ist zwei eisen sind 1 ja 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 Ja, wir brauchen ja Eisen. Oh, ja. Ich habe einen Schatz gefunden. Eine Schatztruhe. Ich habe eine Truhe. Ich finde sie halt. Kann man die abbauen? Warte ich mir so eine Fackel setzen hier irgendwo. Was bringt mir ein Lehmblock? Der Ton hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jonas. Ein Lehmblock. Ja, ja. Oh, Leute. Da sind Silbermünzen drin. Dann... Nacht... Was? Nacht... Nachteulentrank. Okay, was bringt mir bitte? Dann schwacher Heiltrank und dann Holzpfeile. Ja, da habe ich auch so sehen welche gecrafted. Robe. Keine Ahnung. Robe, da kannst du dich an so Wände hoch rapseln. So, jetzt brauche ich die Kiste noch ab. Wenn ich wüsste wie das geht... Dann... Ah, läuft. Ich habe eine Kiste. Okay. So, jetzt habe ich noch ein paar... Hat sich gelohnt. Und da ist noch Erz da oben. Lohnt sich ja richtig. Lohnt sich ja richtig. Lohnt sich ja richtig. Lohnt sich ja richtig. Dreckblock hoch. Ich habe auch... Ich habe auch einen Robe. Ich habe auch in der Höhle. Oder in so einem... Ja, was ist bei dir Schatz? Bei mir war da halt so ein Gefäß, also so eine Vase. Bei mir war da eine Kiste halt so ein bisschen größer. Nee, bei mir nicht. Kann ich die Fackel eigentlich danach wieder abbauen? Scheiße, scheiße. Ja klar, mit einer Axt oder... Ne, ne... Ahja. Oder Spitzhacki oder sowas, glaube. Oka...